Tradition verpflichtet. Das war Grund genug für Kettler, die besten Heimtrainer und Ergometer aller Zeiten zu bauen. Die neue Generation der Trainingsgeräte besticht dabei durch ein futuristisches und zugleich zeitloses Design. Durch zwei unterschiedliche Rahmenkonzepte, die einen sportiven oder komfortablen Charakter haben, findet jeder Kunde leicht, sein individuelles Wunschgerät ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Auch die Ausstattung des Gerätes ist durch ein siebenstufiges Upgrade wählbar. Egal, ob es das Einstiegsmodell Giro SC1 sein soll oder das Premium Ergometer Ergo C12. Der Einsatz hochwertiger Materialien und moderner Verarbeitungstechniken macht die Kettler Ergometer und Heimtrainer komfortabel und angenehm in der Anwendung. Variable Verstellmöglichkeiten an Lenker und Sattel erlauben ein individuell angepasstes und damit komfortables Training. Das Premium Display punktet dank zahlreicher Funktionen und der Bedienung über ein Jogwheel. Der extra stabile Rahmen und eine hervorragende Trittqualität machen uns stolz auf die neue Generation an Kettler Heimtrainern und Ergometern. Das Premium Gut ist auchесть. Das Premium Gemüse deveut euch einfach und drauf an den Kettler Heimtrainern und Ergometern. Das Premium Stubbomisse geht. Das Premium Gemüse übernommen. Das Premium Gemüse übernommen. Vermutze istENNんな. Vielen Dank.